Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Oliver Sonne und seine Nicht-Einsetzung im Spiel gegen Argentinien Oliver Sonne wurde am Flughafen zu seiner Nicht-Teilnahme am Spiel gegen Argentinien befragt. Der peruanische Nationalspieler hinterließ vor seiner Rückkehr nach Dänemark einige Worte. Die peruanische Nationalmannschaft verlor am vierten Tag der Südamerika-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 gegen Argentinien. Eine der großen Überraschungen war die Nicht-Einbeziehung von Oliver Sonne, der seinen ersten Einsatz in der Bicala erlebte. Minuten vor seiner Rückkehr nach Silkeborg beantwortete der Däne-Peruaner einige Fragen an die Presse, die am Flughafen Jorge Chavez ankam. In seinen kurzen, aber eindringlichen Antworten wies er darauf hin, dass seine Erfahrung in Bicala die beste gewesen sei. Darüber hinaus hinterließ er eine Strafe, nachdem er nicht auf der endgültigen Liste der Spieler stand, die gegen die Albi Celeste antreten sollten. Oliver Sonne und seine Worte am Flughafen Jorge Chavez Die Bicala hatten eine schwierige Woche. Die Niederlagen gegen Chile in Santiago und gegen Argentinien in Lima bei den Conmebol Qualifiers haben bei den Fans ein bittersüßes Gefühl hinterlassen. Was die peruanischen Fans jedoch am meisten störte, war die Nicht-Einbeziehung von Oliver Sonne, der verschiedene Verfahren durchführte, um die peruanische Staatsbürgerschaft zu erhalten und am FIFA-Doppeltermin teilnehmen zu können. Bei seiner Ankunft am Flughafen Jorge Chavez sprach der Fußballspieler aus Silke Borg über seine Erfahrungen in der peruanischen Nationalmannschaft und seinen Nicht-Teilnahme am Spiel gegen Albi Celeste. Ja, es war sehr gut, die Erfahrung in der Nationalmannschaft. Das ist es, was es bisher gibt, über seine Enttäuschung, nicht bei Argentinien zu sein, sagte der 22-jährige Fußballer, der sich später entschied, keines mehr zu geben weitere Aussagen. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.